Hey, hallo zusammen. Ja, wir sprechen heute über das Thema Psychologie oder vielmehr Psychologie für Anfänger oder Nicht-Psychologen. Das Einfache, was wir erstmal wirklich verstehen sollen, so komplex das Gehirn oder das unbekannte Bewusstsein noch ist, ist erstmal die Tatsache, dass die Psychologie wir alle sind, jeder Mensch, egal ob er ein guter oder schlechter Psychologe ist, denn wir Menschen sind ja zwangsläufig, auch neuronal, sensorisch daran gebunden, etwas bewerten zu müssen. Ob das in einem sozialen Kontext standfindet, ob das ein affektives, emotionales Potenzial mit sich bringt, ob das etwas Triebgesteuertes ist. Immer bewerten wir irgendetwas, ob das Körpersignale, Emotionen sind, ob das Schemata sind, auch unbemerkt oft Verzerrungen, ideologische Angewohnheiten, kulturelle Prägungen eben. Und ja, wir alle können uns eigentlich immer nur die Frage stellen, wer gibt die beste Antwort darauf, was unsere 100 Milliarden Neuronen im Kopf da veranstalten können und wie sich das auf das menschliche Verhalten auswirkt. Dem gegenüber natürlich die großen Sinnfragen, das große Mystische, das Seele-Leib-Problem, Geist, Bewusstsein. Und ja, darüber sprechen wir gleich ein wenig mehr. Denn wenn wir die Psychologie jetzt erstmal als Schule verstehen, ja, dann ist das die Wissenschaft vom Erleben und Verhalten des Menschen. Das Erleben und Verhalten des Menschen ist natürlich eine sehr flexible Definition. Und irgendwie schließt das ja doch alles mit ein, so was der Mensch ist, was er denkt, fühlt und im Handeln dann auch ausdrückt, bewusst oder unbewusst. Und das Unbewusste ist ja oft dann doch das Zentrale. Wenn wir alles bewusst nach dem Kompass der Moral und Empathie veranstalten, dann hätten wir ja die vielen Probleme nicht, da im Haushalt der Liebe sich jeder Mensch fragen würde, oh, oh, das kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Und wenn das Gewissen schaltet, ist auch die Gesundheit des Geistes oder der Liebe eigentlich immer zu Hause. Und alles andere, was durch Destruktivität auch in der Kinder entsteht, verlässt dann auf diesen Hafen der Liebe und Empathie und wird, ja, auch zu destruktiven Persönlichkeitsstörungen, zu ganz neuen Motiven. Ja, so viel mal am Rande. Und ja, die Psychologie nutzt für ihren empirischen, wissenschaftlichen Gewinn die geistes-, sozial- und naturwissenschaftlichen Denkmodelle, um dann zu verstehen, wie der Mensch tickt, was in seinem Inneren vorgeht, auch wenn man das letztendlich nicht wirklich in der Komplexität des Seins, des Bewusstseins und der Emotionen wirklich nach Worten, nach der Idee der Worten, der akustischen Klänge erklären könnte, was man wirklich fühlt. Das alleine macht er oft schon einsam. Aber was irgendwie in den Inneren vorgeht und was er nach außen aber nicht immer zeigt. Wie verhält sich der Mensch in sozialen Beziehungen und dann auch verschiedenen Umfeldern, Subkulturen und warum verhält er sich dann so, was löst bestimmter Gruppen, was löst eine bestimmte Gruppendynamik aus und was tut dann da der Mensch daraufhin wieder als Individuum gegenüber einer festgefahrenen Gruppendynamik, die einen Trend vielleicht verteilt oder so. Und in welchen Gemeinschaften kann er so sein, wie er selbst ist oder was er glaubt, was er braucht, welche Auswirkungen haben äußere Umstände auf das Innenleben des Menschen und so weiter. Falls das Ganze auch ein bisschen chaotischer ist, bitte ich das zu entschuldigen. Dazu sage ich gleich auch nochmal was, weil mein Antrieb einfach ist, so möglichst frei Schnauze zu reden, damit man damit auch so etwas den Gehalt eines Psychologen charakterisieren kann. Denn das größte Problem der Psychologie ist ja eben das auswendige Lernen und wie man dann immer sieht, ob das in den Medien ist, wo auch immer, die großen Popnamen der Psychologie, die dann einfach irgendwelche Floskeln und Phrasen von sich geben, um dann irgendwie doch, ja, irgendeine Kompetenz zu vermitteln nach irgendeiner RTL-Poesie. Okay, ja, jedenfalls, um erstmal noch beim schulischen Sinne zu bleiben, hat die Psychologie natürlich auch verschiedene Teildisziplinen, Teilbereiche. Und diese Schwerpunkte gliedern sich dann zum Beispiel in der Arbeits- und Organisationspsychologie, die biologische Psychologie, Entwicklungspsychologie, Gesundheitspsychologie, ganz wichtig auch die klinische Psychologie und Psychotherapie, Medienpsychologie, Pädagogische, Rechtspsychologie, Sozialpsychologie, Sportpsychologie, auch die Werbe-Psychologie, Wirtschaftspsychologie. Und die Werbe-Psychologie ist natürlich, ich hätte zu allem was sagen können jetzt eigentlich auch, was in den Kopf geht, aber die Werbe-Psychologie, das ist ja für uns, wie wir alle wissen, auch so gerade in den 80er, 90ern, da sieht man ja auch das große Potenzial der Psychologie und wie wir die Menschen verstehen, dass wir mit der dümmsten Werbung und was der Mensch doch bestimmt und mit seinem Bewusstsein wahrnimmt, dass wir so was an die Menschen bringen. Sorry für den Sarkasmus. Ich wollte doch eigentlich gelungene Werbung für die Psychologie machen, mein Gott. Gut, machen wir es weiter. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, bei den Teilbereichen der Psychologie. Es gibt ja noch einiges viel mehr. Und mein Beitrag soll allerdings nicht der typische Informationstisch sein, sag ich mal, wo einfach immer wieder wiederholt wird, was das Schulsystem uns doch so gerne vermitteln mag, sondern mein Auftrag ist es immer wieder ergänzende Erfahrungen und neue eigene Ideen darzustellen, die natürlich nicht immer von jedem geteilt werden müssen, aber immerhin auch eine eigene Qualität darstellen. Denn eines ist die Psychologie ganz sicher, ein Zuchtbetrieb des Auswendiglernens. Und die fehlen dem Mut oft auch, einfach selbst, sich einfach selbst zu fragen, was kann mein geistiges Potenzial abrufen, um zu beweisen, dass ich den gesamten Kontext überhaupt dieser psychologischen Idee verstehe, um da meinen Beitrag zu leisten und nicht einfach nur irgendetwas zu memorieren, wiederzugeben und dann ein geheucheltes Blatt Papier zu gewinnen. Das ist leider, ja, das ist der Hafen unserer Kultur immer noch, leider. Denn die Psychologie beobachtet Umstände, die sie ja eigentlich nicht verstehen kann, jetzt aus der menschlichen Perspektive. Da unsere existenzielle Gemeinsamkeit die Unwissenheit gegenüber dem Bewusstsein ist. Seele und Geist. Niemand weiß, was neben dem Gehirn wirklich entscheidend ist. Die Psychologie reserviert sich also verschiedene wissenschaftliche Paradigmen, um in der empirischen Idee überleben zu können und sich so auch als wahre Wissenschaft anbieten zu können. Da die Psychologie ja auch innerhalb ihres wissenschaftlichen Milieus von außen immer wieder Kritik bekam, dass das keine richtige Wissenschaft ist, weil die Grundlage dafür nicht geschaffen ist. Auf der einen Seite kann man sagen, ja, das ist so. Deswegen muss auch möglicher Stolz direkt kritisiert werden, wenn man sagt, hey, nein, das ist jetzt, was wir aus dem Gehirn hier lokalisiert haben, das Verhalten ist hier in dieser Stereotopie, hopp, bums, Punkt, aus, so ist das. Es gibt nichts Größeres da draußen. Das ist ja der eigentliche Fehler der Psychologie. Aber grundsätzlich zu sagen, nur weil man die großen Fragen des Bewusstseins der Existenz nicht mit korrelieren lassen kann jetzt exakt in der empirischen Untersuchung, so lässt sich nicht sagen, das ist keine richtige Wissenschaft. Vielmehr ist es noch wichtiger, gerade dann mutig und flexibel zu forschen in der demütigen Idee, hey, da draußen gibt es natürlich viel mehr in was für Orte und Dimensionen auch immer und was für Geisteszustände, aber wir versuchen es einfach, nach der besten Idee, die uns hier zur Verfügung steht, Dinge zu untersuchen und dabei natürlich auch, was die Wissenschaft sowieso fordert, Kritik zu bekommen und auch zu scheitern. Denn wenn das alles gar nicht so, wenn die Psychologie kein Recht hätte, eine richtige Wissenschaft zu sein oder von Bedeutung überhaupt zu sein, dann könnten wir ja jetzt in diesem Augenblick auch zum Beispiel gar nicht mit verschiedenen Perspektiven darüber streiten. Da ist schon der Streit, die Kognition dahinter, das alles dahinter erst mal voraussetzt, dass wir überhaupt bei Bewusstsein und geistiger Gesundheit sind, um das überhaupt tun zu können. Deswegen ist die Psychologie oder unsere Ideen dahinter sowieso die Grundvoraussetzung. Und ja, wie gesagt, gibt es da verschiedene wissenschaftliche Paradigmen, auf die man sich geeinigt hat, damit man so ein bisschen das Seele-Lei-Problem umgegen kann und diese Dinge, die man nicht versteht. Und dann gibt es dann eben das behavioristische Paradigma. Das ist dann eher auf die wirklichen natürlichen Reize ausgelegt, von dem, was die natürliche Umwelt betrifft. Ja, Informationsverarbeitungsparadigma gibt es. Das psychoanalytisch-psychodynamische Paradigma. Und das ist auch mehr so die Ecke erleben, neuronale Prozesse, Reiz und der Kreislauf, wie der Mensch immer wieder in dieser Dynamik funktioniert. Dann das phänomenologisch-humanistische Paradigma, Eigenschaftsparadigma, dynamisch-interaktionistische Paradigma und das soziobiologische Paradigma, sowie die evolutionäre Psychologie. Und ja, man mag also sagen, das biologische Angebot, welches als beobachtbare Korrelation auch immer wieder zum menschlichen Verhalten übergeht, das dient dann als entscheidender Anker der herrschenden Psychologie, um unsere menschlichen Fragen dann zu beantworten oder sich diesen Fragen eben zu nähern. Und das Leib-Seele-Problem wird dabei, wie gesagt, ziemlich frech und lächerlich verdrängt. Das ist alles so hokus pokus, obwohl ja jeder weiß, es ist da draußen eigentlich, wir wissen es nicht, aber solange man es nicht weiß, sagt die Eitelkeit oder Stolz der Menschlichkeit oder auch des Kollektivs dann direkt nein. Dann verdrängen wir das lieber und setzen unser Ego wieder viel höher, als das Universum uns verrät, dass wir dann doch demütiger sein sollten. Ja, jedenfalls, man kann da nichts lächerlich machen, denn das wäre so, als würdet ihr das Prinzip des Autofahrens untersuchen wollen, betrachtet aber immer nur die Elektronik und Fassade, aber nicht die Abläufe des inneren Motorraums. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Vergleich, da wir ja nicht einmal eine Vorstellung haben können, ja, metaphorisch gesagt, wie der Motorraum des Universums aussieht und was das Bewusstsein jetzt wirklich bedeutet. Ja, und was den Geist und das Bewusstsein angeht, ist hier direkt auch eine Erfahrung von Bedeutung, die ich da gerne irgendwo auch kritisch mitteilen möchte, denn leider wird der Geist sehr oft als neuronales Bindeglied verstanden, sodass jede beobachtbare Qualität zu wenig Demut genießt. Also Demut gegenüber größeren mystischen Sinnfragen, wie schon gesagt. Mich persönlich hat, wie ich das schon öfters hier auf diesem Kanal erwähnt habe, die empirische Nahtodforschung sehr bereichert, da ich in diesem Ausmaß noch einmal ganz anders reflektieren konnte, dass unsere biologische neuronale Kultur gegenüber unserer seelischen Kultur steht, sich das doch mal bewusst zu machen, dass das Bewusstsein offensichtlich wahrscheinlich durch das Gehirn gefiltert wird und diese Nicht-Lokalität des ewigen Bewusstseins uns dazu einlädt, unsere neuronalen Prägungen noch bewusster zu vermitteln. Wann fühle und denke ich wirklich bewusst und wann handele ich aus Konditionierungen? Man spricht zwar gerne von einer Metakognition in der Psychologie, die alles so berücksichtigt, aber das ist auch wieder irgendwo doch zu klein. Eine Metakognition sollte akademisch viel größere Sprünge machen, damit wir alle Ressourcen vermitteln, oder möglichen Ressourcen vermitteln, um unsere sozialen, biochemischen, ideologischen und verzerrten Gewohnheiten zu erkennen, aufzudecken. Nicht nur bei anderen, erstmal nur bei uns selbst. Das Studium mit sich selbst, das verlangt schon bis zum Tode, das wird niemals abgeschlossen sein, sagen wir mal so. Das Studium selbst der Psychologie verkleidet sich aber sehr gerne als prätentiöse Bluse und der statistische Anteil wird als Leuchtturm der Komplexität verteidigt. Wirklich tiefsinnig und progressiv ist die schulische Psychologie nach meiner Erfahrung nicht. Zu viele Menschen beherrschen das primitive Auswendiglernen, um auch ohne jegliche Begabung an das staatliche Blatt Papier zu kommen. Später greift man dann natürlich auf seine Phrasen zurück und bestellt sich dann eine geheuchelte Kompetenz. Aber das gilt allerdings für das gesamte Prinzip des reaktionären Schulsystems. Da muss sich wirklich einiges ändern. Ja, davon abgesehen bleibt die Psychologie aber, in meinen Augen, das wichtigste Wesen unserer Gesellschaft. Sie kann niemals eine Pseudowissenschaft sein, denn wie schon gesagt, alleine darüber zu streiten wäre ja nicht möglich, wenn wir nicht die Klarheit und Gesundheit des Bewusstseins hätten. Und gerade wenn wir etwas nicht ganz erklären können, Bewusstsein, Existenz, sollten wir uns freiheitlich dazu einladen, flexibel mit unserer Natur zu forschen, umzugehen. Das muss auch eine von Menschen erdachte empirische Idee aushalten. Denn immer nur im gleichen Sandkasten zu sitzen und sich an den passenden Förmchen beziehungsweise Items zu erfreuen, die sich im Haushalt der eigenen empirischen Idee bestätigen, das ist nicht wirklich Wissenschaft für mich. Wissenschaft muss sich auch demütig gegenüber dem Universum einräumen und seinen pseudo-elitären Stolz ablegen. Das empfinde ich zumindest so. Das ist eine Urkrankheit des Menschen. Überall, dass dann auch so ein kollektiver Stolz entsteht. Eine Eitelkeit da. Tja. Psychologie brachte natürlich auch immer für Außenstehende so Worte mit wie, oh nein, da studiert jemand Psychologie. Kannst du jetzt meine Gedanken lesen? Das war, wenn man jetzt wirklich Insider ist, sag ich immer, und sich jetzt nicht mit falschen Fehlern schmücken möchte oder so, kann ich verstehen, wie man das gerne machen möchte. Aber wenn man dann doch ehrlich ist, müsste man sagen, ja, Gedanken lesen. Wie soll ich sagen? Schau dir jeden Abend ein bisschen RTL an, dann weißt du ungefähr, wie tiefsinnig die Psychologie ist. Das ist natürlich ein bisschen zugespitzt jetzt. Natürlich ist die Komplexität in ihrem mathematischen Gehalt auch ziemlich kompliziert. Und die Anteile neurowissenschaftlicher Erkenntnisse sind auch sehr wichtig. Aber das ist natürlich nicht so. Das werde ich gleich auch nochmal durch den weiteren Text weiter erläutern. Ja, es ist eben, wie schon erwähnt, viel Statistik im schulischen Sinne. Jetzt, ob man damit auch so ein bisschen den eigenen Anspruch der Wissenschaft etwas schmackhafter machen wollte, um damit auch irgendwie durch die Kritik irgendwas zu kompensieren. Naja, jedenfalls fragt man sich ja dann auch zwangsläufig, hm, gute oder schlechte Psychologen? Und wie unterscheiden wir solche Gewichte? Und viel wichtiger noch, was ist, wenn nichtbegabte Persönlichkeiten am längeren Hebel sitzen? So umgangssprachlich, ne? Ja, aber willkommen in unserem ewig gestrigen Schulsystem. Das ist leider so. Idioten bilden oft begabte oder andere Idioten aus. Ja, wer Psychologie studieren oder lehren möchte, die Psychologie nach dem schulischen Sinne natürlich jetzt, der sollte nicht nach dem besten NC, nach dem Abi und Verständnis für romantische Mathematik-Abenteuer fragen oder suchen, sondern die folgende Frage zum Selbstreflektieren können. Das sollte mal vielleicht so als Meta-Orientierung gelten. Und zwar die Frage nach dem Selbst stellt folgende Frage. Also die Frage nach dem Selbst und der eigenen Meinung verlangt die Identifikation aller neuronalen und kulturellen Prägungen, um die manipulierten sozialen Umstände ungefiltert reflektieren und auch antizipieren zu können. Jeder soziale Trend, jeder historische Anker, jede Subkultur, jedes Echo der schmalsten Zelle der Gesellschaft, jede Ideologie und auch relative Affektlogik muss nach der kognitiven Verzerrung analysiert und jedes Verhalten nach dieser Konsequenz ebenso antizipiert werden. Das nicht lokale Bewusstsein muss seine neuronale Kultur jederzeit analysieren können. Und was ich als Mensch mit meinem Fahrzeug hier gerade auf Erden in dieser temporären Option wirklich veranstalte. Was das Bewusstsein als Zeuge erlebt durch diese nervliche Erfahrung und das soziale Gebilde. Manchmal sagen, klingt das dann kompliziert jetzt. Aber es mag dann auch einleuchten klingen, dass wir uns, ja oder es mag einleuchtend klingen, weshalb wir uns auf das primitive auswendige Lernen fokussieren und diese Stereotypen-Dynamiken dann integriert haben. Ah, ist ja viel einfacher, das ist, wo schon unsere Großeltern noch zugelernt haben, hier so ein paar Statistiken noch, dann gucken wir, dass wir da die richtigen Methoden lehren, noch verknüpfen mit den aktuellen Ideen, wie wir menschliches Verhalten auffangen oder verstehen. Ja, vielleicht sollten wir unserem staatlichen Fenster mal neue Gardinen aufhängen und die Maxime verändern. Ich würde sagen, fangen wir mal damit an. Denn, ja, genau das ist die Psychologie nicht. Das, was ich gerade hier gefragt habe, was das Selbst angeht. Diese Frage wird euch nicht begegnen. Nicht grundlos spreche ich gerne von der Wendi-Psychologie. Irgendwelche Programme und Methodenlehren runter zu blättern und stressig das Angebot der Information zu lehren, was viele Studenten wirklich sehr überfordert, die vielleicht sehr begabt sind, aber mit dieser Idee nicht zurechtkommen und aufgeben müssen. Das hilft dem Menschen nicht dabei, das grundlegende Gefühl für die wichtigen Fragen der Existenz zu gewinnen und wie wir mit der Reflexion zu uns selbst ein flexibles Guthaben unserer unterschiedlichen Erfahrungen gewinnen. Eine Empfänglichkeit für die Seelenpoesie oder die Seelenqualen unserer Existenz ist hier auch ganz entscheidend, um mit der Erfahrung der Liebe die wichtigsten Fragen zu stellen. Denn letztendlich entscheidet die Liebe in der Kindheit, wie unsere Zukunft als Gesellschaft aussieht. Liebe und Verlässlichkeit oder Deprivation und Destruktivität. In dieser Abfolge hat doch irgendwie niemand das Recht, sich wirklich Psychologen nennen zu dürfen. Vielmehr sind wir als Menschen eigentlich immer nur Ewigsuchende der Psychologie. Denn nicht zu vergessen versteht sich der griechisch-lateinische Begriff der Psychologie ja als Lehre von der Seele. Und die Seele wird ja gar nicht erst eingeladen im wissenschaftlichen Haushalt, sondern lächerlich ins esoterische Milieu geschickt. Ja. Wer die Psychologie für voll nimmt, nach ihrem aktuellen Kompass, da muss man, das muss man, doch man muss es so sagen, wer die Psychologie für voll nimmt, der wird niemals ein guter Psychologe. Wer wirklich begabt ist und sich dem akademischen Weg anschließen mag, um wie viele andere auch einfach nur zu denken, kannst du hier ein bisschen Kohle machen oder die Eltern haben das dann vorher schon gemacht oder ihr wollt gar nicht wissen, was intern alles für Arschlecker sind. Der sollte das natürlich ausnutzen, aber im besten Fall um mutig und rhetorisch in diesem Milieu aufzuräumen und die ewig gestrigen Banausen auszurotten. Ich meine, frag mal wirklich gute psychologische Psychotherapeuten, wie die an ihr Wissen bekamen, während der Ausbildung, ich meine klar, je nach Klinik wird sehr wertvolles Wissen vermittelt. Es gibt sehr gute Konzepte, auch gerade in der Verhaltenstherapie, je nach Störung oder das, was einen belastet, aber es gibt einfach so viele Engpässe und dass viele einfach immer wieder sagen, die mussten sich wirklich autodidaktisch da noch so viel bilden durch andere Literatur, private Literatur, um viele Dinge zu verstehen und das ist sowieso immer der ewige Auftrag an uns, das informelle Lernen, das macht über 80% des Lebens aus. Was nehmt ihr schon mit von der Schule, vom Autoführerschein, von sonstigen? Es ist, unsere Diagnostik des Schulsystems ist wirklich an Lächerlichkeit nichts zu betreffen, muss man einfach so sagen. Also schon in jungen Jahren. Ja, aber genau diese ewig gestrigen Banausen, die man ausrotten sollte, ja, genau diese Menschen sind ja auch die Menschen, die andere gerne Banausen oder Pseudowissenschaftlichen nennen, aber das waren schon immer die größten Trottel, muss man mal sagen. Denn, ja, da der Gebrauch eines Jargons, der einer verschlossenen Erfahrung angehört, niemals das Licht der Existenz verstehen könnte, wenn er eben nur den Stereotyp dieser Mühlen ewig gestrig verteidigt. Wenn er niemals das Fenster aufmacht und so gucken, oh, da gibt es ja doch eine Sonne, habe ich ja auch schon mal von gehört. Das ist leider so. Das Ego ohne Stolz, das macht zauberhafte Sachen mit uns. Gerade auch, wenn man sich so im alten Ständedenken eingliedern mag. Ach, das Elitäre. Ja, was wir uns aber auch davon unabhängig alle fragen sollten, ist vielleicht Folgendes. Wie erreichen wir auf Erden einen weltweiten Zustand ohne ideologische Engstähnigkeit und als Austausch eine kreative Erziehung in Liebe. Für alle, für jeden kulturellen Boden, für jedes Motiv eines Elternhauses oder potenzielle Eltern. Ganz gleich, nach welchem Hintergrund sich diese Kultur bestellt. bestellt. Sodass die Vielfalt eben aller Kulturen sich an dieser Erfahrung der Liebe erfreuen, auch der Erfahrung der Unterschiedlichkeiten der Kulturen erfreuen kann, aber friedlich sich zusammen auch bereichern kann. Ohne ideologische Verzerrungen, politische Maxime, die dann auch noch mit einfließen. Denn da gibt es anscheinend viele Menschen, die noch gar nicht, immer noch nicht wissen, dass wenn man dann an das Höre glaubt oder an Gott, ja, da passt das ja auch wieder, die angesprochene Nahtodforschung. So kritisch man jetzt auch durch vielleicht mangelnde Erfahrung noch dem gegenübersteht, ist das ja selbst für Menschen, die da auch sehr ideologiekritisch sind, von mir aus die aktuell auch noch ja, eben nicht so gläubig sind, oder atheistisch eben, dass für die Menschen das ja auch ein Gewinn ist, die Erkenntnis einer Nahtodforschung, weil das total ideologiekritisch ist, dass man letztendlich ja doch sieht, die Reflexion außerhalb meiner organischen Prozesse, die wirklich Menschen einheitlich teilen, diese klare, höhere, ethische Reflexion, die man durchgeht, nicht nur mit seinen eigenen Gefühlen, die man erlebt hat, sondern auch, was man anderen angetan hat, im Sinne von angetan nach Bestrafung, aber eben, was man verursacht hat in all den Konsequenzen, dass es hier nie dieses Gerüst gab einer perfekten Religion, so wie wir sie immer bekommen, dass die Guten da, die Schlechten hier ausrotten, darum ging es eigentlich nie, zumindest nicht in diesem Ausmaß, wie wir das gelehrt bekommen haben, da ging es wirklich immer nur um die eine Sache, was habe ich mit der Möglichkeit der immer schwingenden Liebe angestellt und ja, wenn wir beim Thema bleiben, wegen anderer Kulturen und welche Fragen wir uns stellen sollten, dann ja, wie können wir dann auch Eltern dazu bewegen, Kinder in Liebe zu erziehen und ja, welchen Kreislauf müssen wir politisch, pädagogisch, psychologisch und wohl leider auch juristisch bewegen, damit ungünstige Persönlichkeiten sich nicht für Kinder entscheiden und wir deren Unfähigkeit zur ethischen Reflexion erkennen, natürlich eine schwierige Aufgabe, natürlich, wir können nicht einfach Kameras in Elternhäusern aufbringen, um dann die Kinder wegzunehmen oder so, das ist alles natürlich ein moralischer Engpass irgendwo, aber so wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, wer in der klinischen Psychologie zu Hause ist, der wird wissen, wie die Prävalenz der Borderline-Störung aussieht und anderer Störungen mit Missbrauch in der Kindheit, so kann es nicht weitergehen. Ja, widersprechen wir die neuronale Matrix in unserem Gehirn, um Menschen wieder gesunden zu lassen, die durch grausame Erfahrungen zu bestimmten Störungen gekommen sind und damit vielleicht dann auch leider andere Menschen vernichten müssen. Stichwort Narzissmus, Soziopathie, Psychopathie, Borderliner, antisoziale Störungen und gerade das Thema wegen Borderline zeigt uns ja, wie ungebildet unsere Psychologie ist und bis hin zur therapeutischen Ausbildung wirklich falsch gelehrt wird. Zumindest zu oft. Aber das ist ein anderes Thema und das hatte ich auch oft schon in anderen Videos bei mir angesprochen oder tiefer erklärt. Wer sich dafür interessiert, sollte da vielleicht mal nachschauen. Ja, und nicht zuletzt die Frage, wie integrieren wir metaphysische Anliegen in allen entscheidenden Schulsystemen und wissenschaftlichen Disziplinen. Und denn solange wir der Realität einen Maßstab setzen und unseren menschlichen Stolz zu hoch setzen, wird auch die Wissenschaft nicht gewinnen. Und wenn schon die Wissenschaft so ungebildet ist, so doppelmoralisch, dann wird auch der normale Impuls der Gesellschaft, allein die Medienkultur, sich davon ernähren. Und dann kommt es zu den ganzen Floskeln und Phrasen wieder, worüber man alles lacht heutzutage. Obwohl das übernatürliche oft die größte Normalität ist. Es ist schon übernatürlich, dass wir jetzt überhaupt hier sitzen, das hören können und überhaupt wissen, dass ich denke, wie ich denke, dass ich denke, ich denke, wie ich denke, wie ich denke. Es ist alles verrückt eigentlich. Aber es ist irgendwo doch der größte, normalste Impuls der Realität, wenn man gerade in dem Atem dieser Realität zu Hause ist, um das zu verstehen. Wenn das dann irgendwann für uns so sein wird. Ja, was kannst du tun, um ein guter Psychologe zu sein, im schulischen, akademischen, oder eben im existenziellen Sinne, was ja vielleicht, dass er noch viel wichtiger ist. Vielleicht, ja, frage dich ab morgen, weshalb jedes Motiv, ganz gleich wie groß oder klein, dich zu einer Handlung bewegt und wodurch ein affektives beziehungsweise emotionales Potenzial bei dir entstanden ist. Wie viel von all dem ist durch die Idee unserer Sozialisation und durch Erfahrungen und durch Erfahrungen mit anderen Menschen erstanden? Was fühlt sich wirklich nach deiner Bestimmung an? Welche Interessen und Talente fühlen sich nach deinem Selbst an? Welche Meinung triggert deine emotionale Gewohnheit und wo könntest du ideologische, soziale, persönliche Verzerrungen aufgebaut haben? Wie flexibel ist dein Scharfsinn für Kunst? Aller Art bis Musik, Film, Literatur, Malen, dein Scharfsinn für Humor und Philosophie, denn du selbst bist auch die Philosophie. Auch hier hat niemand das Recht, wirklicher Philosoph zu sein. Die Fragen, ob sie gut oder schlecht sind, wie gründlich und tiefsinnig, hängt von dem Menschen, von der Persönlichkeit der Seele ab. Macht mal die Augen zu, wie die Existenz angefangen hat, pures Bewusstsein, Natur. Das sind alles unsere Ideen und daran versklaven wir uns oft, stigmatisieren. Mehr Geld, weniger Geld, mehr Papiere, weniger Papiere, mehr Besitz, weniger Besitz, gut, schlecht, A, B, X, Y, mehr erreicht, weniger erreicht, vielleicht hat der ärmste Mensch da draußen, der vielleicht auf der Straße lebt, mehr erreicht als irgendein reicher Immobilienhai, weil der Arme vielleicht mal irgendwo durch Liebe einen Menschen bewegt hat und dieser Mensch dadurch eine tolle Erfahrung machen durfte, der andere Mensch vielleicht aber immer nur an sich selbst dachte und wie er noch mehr Geld haben kann, vielleicht seine Frau gar nicht glücklich ist durch zu viel mangelnde Emotionen oder Liebe, wer weiß das schon und das ist auch, alles gibt es, jede Perspektive sollte berücksichtigt werden. Und wie viele Fragen stellst du von dir aus selbst ans Universum, vielleicht auch in Gedanken, lauten Gesprächen, vielleicht betest du auch, das auch immer. Denn bevor andere Trends dich dazu bewegen, fremde Gewohnheiten auszuleben, solltest du dich immer fragen, wann du wirklich mal kreativ oder eigensinnig auf irgendetwas gekommen bist, was auch immer das ist. Gute oder schlechte Gedanken, dafür wird dich niemand ausdenken. Alles ist immer nur die Frage, alles im Leben ist nur die Frage. Wird jemand anders darunter leiden? Alles andere lässt sich ausarbeiten. Wenn unsere Seele Interesse hat, wird sie mehr verstehen wollen und mehr Input bekommen. Und was arbeitest du? Arbeitest du für die Idee des Kapitalismus? Was sich alles so ergeben hat irgendwie? Die richtige Werbung seit Kindertagen für das Schulsystem, ach, was man so durch Eltern und Umfeld noch bekommt, ach, das ergibt sich so, das ist so. Oder weil du Glück hast und deine Talente im Beruf auch berührt werden, du vielleicht deinen Traumberuf hast oder weil du überleben musst oder einfach auch, um am Ende nach der Arbeit wirklich die Dinge deiner Seele ausleben zu können. Du dafür gar nicht genug Zeit hast und irgendwann bist du alt und wenn du im Störbild liegst, dann wirst du denken, ach, hätte ich doch alles anders gemacht, wäre ich doch manchmal mutiger gewesen, hätte auf irgendwas vielleicht verzichtet, von mir aus auch provoziert. Wer traut sich schon, für den Gewinn seiner Seele etwas zu riskieren und da vielleicht alles zu verlieren? Traust du dich frei zu sein, ohne zu erkennen, dass materialistische und politische Mittel dich auch sterben lassen würden, weil du in dieser Leistungsdiktatur nur ein Recht auf Stereotype Volkzorgkeit hast? Wie oft hat jemand durch dich gelitten, weil du vielleicht egozentrisch und ohne Empathie nur an dich gedacht hast? Vielleicht auch in jüngeren Jahren mal jemanden gemobbt hast, dich einem Gruppenzwang angeschlossen hast? Wie oft verwendest du von Menschen erdachte Begriffe, Titel oder Dokumente, um für richtig oder falsch zu argumentieren, wenn doch die Existenz viel mehr zu bieten hat und viele Menschen das Erkennen und mutige neue Wege gehen wollen? Wenn diese Menschen hinterher durch eine innovative Idee reich werden, oh, dann sind die Menschen wieder die Größten und wir teilen alle ihre Zitate und Kalendersprüche. Aber wir selbst haben nicht die Eier oder andere Menschen. Aber solange sie nicht oben sind, ach, aber wenn sie oben sind, dann wollen wir doch wieder die besten Freunde sein, ja. Dann hast du jemandem gesagt, wie sehr du ihn liebst und hast ihn angeschaut, als wäre dieser Mensch ein Teil deines Herzens. Welt ist ja ein Teil deines Herzens. Wie oft hast du Menschen stigmatisiert, weil sie anders sind? Wie oft hast du Tieren Liebe geschenkt, obwohl du dein Verhalten vielleicht als bewusster reflektierst? Wie oft hast du ein kleines Kind zum Lachen gebracht? Hast du Treue und Loyalität dargestellt? Wenn man es erwarten sollte, hast du niemanden durch Liebe betrogen? Wann hast du ein leeres Blatt Papier genommen und einfach mal etwas Kreatives erfunden? Was auch immer. Wie oft fragst du dich, was es noch alles zu erfahren gibt und wie menschlich unsere Fehler doch sind, unsere vielen menschlichen Fehler. Und dass wir doch letztendlich eigentlich immer nur bei uns selbst anfangen müssen. Und das bedeutet nicht, einfach mal zu sagen, ach ja, ich habe ja schon auch Fehler. Nein, es bedeutet sich auch mal jahrelang immer wieder Zeit zu nehmen, zu überleben, zu überlegen, was ich mit meinem Sein so veranstaltet habe. Was möchtest du tun, damit wir als Gesellschaft noch mehr Freiheit und soziale Sicherheiten für alle herstellen können, solange Menschen eine friedliche Gewohnheit mit sich bringen? Was möchtest du tun, um 100 Milliarden Neuronen in unserem Kopf zum Kaffee einzuladen, um uns immer wieder zu fragen, was verlangt dieses Organ von uns, damit unser Bewusstsein letztendlich der Zeuge eines schönen Augenblicks wird, solange wir Menschen sind. Ich bedanke mich vielmals für deine Zeit. Ich wünsche dir viel Gesundheit, Humor, Kreativität, Liebe, Selbstreflexion. Macht's gut. Ciao.